Hallo da draußen, in diesem Video wollen wir uns mal das BIOS angucken und letztendlich wollen wir dann auch mal uns ansehen, wie wir das BIOS Passwort löschen können, aber um da erstmal hinzukommen, mal allgemeine Informationen zum BIOS, also dem Basic Input Output System. Dieses ist die grundlegendste Software, die mit der Hardware kommunizieren kann und man kann also im BIOS auch so ganz einfache, sehr grundlegende Einstellungen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit des Lüfters machen, man kann darin aber auch seinen Prozessor übertakten, etc., etc. Und das BIOS ist auch nicht auf der Festplatte, sondern ist auf der Mutterplatine zu finden. Wir haben hier zweimal eine ältere und eine neuere, die ihr vielleicht auch aus anderen Videos von uns ja bereits kennt. Ja, das war die, sag ich mal, die Funktion jetzt ganz einfach zusammengefasst des BIOS und was es auch macht übrigens ist, wenn man den Computer hochfährt, erst einmal die Hardware checken und dann erst das Betriebssystem starten. Also das BIOS startet am Ende das Betriebssystem, bei den meisten dürfte das ja Windows sein. Ohne das BIOS würde Windows gar nicht starten und man könnte den Computer einfach nicht verwenden. Was BIOS auch macht, ist ein sehr interessanter Punkt, den wir uns mal angucken wollen, nämlich die Uhr. Die wenigsten Leute werden sich gefragt haben, wie funktioniert eigentlich die Uhr im Computer? Denn die geht ja im Normalfall immer richtig, obwohl man ja den Strom abgestellt hat. Und selbst wenn der Computer kein Internet hat, geht die Uhr, wenn man den Computer wieder startet, ja richtig. Das muss ja irgendwie funktionieren, die Uhr. Und da kommt eben auch das BIOS ins Spiel. Dieses hat nämlich seine eigene Stromversorgung, die auch auf der Platine hier zu finden ist. Das können wir uns hier mal angucken. Das ist diese kleine Batterie hier. Und solange die da drin ist und auch geladen ist, und das ist ja nun mal im Normalfall, funktioniert eben auch die BIOS-Uhr und so hat der Computer immer die richtige Uhrzeit. Aber wenn die Batterie jetzt leer geht, und das tut sie nach ein paar Jahren, dann muss man sie eben auch wechseln, das zeige ich auch gleich mal, wie das geht, dann geht die Uhr eben nicht mehr richtig, wenn man den Computer ausgestellt hat. Und wenn man den neu hochfährt, bekommt man eben nur die alte Uhrzeit. Dieses Phänomen des Datenverlusts, wenn kein Strom mehr drauf ist, kann man sich natürlich auch so ein bisschen zu Nutzen machen. Also der Computer, also manche Computer, also von manchen Computern, das BIOS ist geschützt durch ein Passwort, welches dann, wenn man es zum Beispiel vergessen hat, das eigene, einen verhindert ins BIOS reinzugehen und vielleicht von der CD zu starten, da das BIOS ja eben auch die Boot-Reihenfolge festlegt. Auf jeden Fall, wenn ein Passwort auf dem BIOS ist, kann man nichts mehr damit machen. Wir können uns aber den Datenverlust zu Nutzen machen und einfach die Batterie entfernen und dann, ja, gehen halt alle Daten des BIOS verloren und das Passwort ist wieder weg. Hervorragend. Jetzt gucken wir uns aber gleich nochmal an das BIOS. Jetzt erst einmal, wie wechsle ich eigentlich diese Batterie? Hier ist sie ja nun mal zu finden. Hier sehen wir nochmal so eine leere Halterung auf der etwas älteren Platine. Das ist auch eigentlich immer das Gleiche. Also hier ist jetzt eine CR2032 eingebaut. Das ist im normalen Fall immer diese Batterie, aber es steht halt auch drauf, welche Batterie es ist, falls man sie wechseln muss. Um diese mal hier rauszunehmen, sehen wir hier diesen kleinen Metallclip hier. Ich habe hier einen Schraubenzieher und ich drücke den jetzt hier mal nach hinten, dann dürfte die Batterie gleich, ja, da hat es Klick gemacht, springt einem hier so ein bisschen entgegen. Na komm. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen hier. So. Jetzt ist sie richtig draußen. Dann kann man sie eben rausnehmen. Wir sehen hier auch die andere Seite der Batterie. Die ist hier so ein ganz kleines bisschen, ich hoffe, das sieht man auf der Kamera so gepunktet. Und die kommt dann eben nach unten. Die Plusseite kommt nach oben. Und dann haben wir jetzt, ta-da-da-da, eine neue Batterie. Und die ist jetzt halt voll, tun wir einfach mal so. Die legen wir einfach hier rein, Plusseite nach oben und dann drücken wir da ein bisschen drauf und schon rutscht die hier direkt in ihre Halterung und wir haben die Batterie gewechselt. Jetzt hätten wir also entweder eine neue Batterie drin oder eben mal kurz die alte draußen gehabt und wären zum Beispiel ein Passwort losgeworden. Gucken wir uns jetzt also mal hier an diesem Laptop an, wie das BIOS in der Praxis aussieht. Dafür starte ich jetzt hier den Computer. Und was man machen muss, um ins BIOS reinzukommen, ist, während des Starts eine bestimmte Taste drücken. Hier ist das die F2-Taste, die ich hier ein paar Mal gedrückt habe. Das ist eigentlich bei den meisten Computern entweder die Entfernen-Taste oder eine der F-Tasten. Das wird dann auch meistens hier unten irgendwo am Bildschirm angezeigt, was man eben drücken muss. Was wir hier sehen, ist jetzt, dass wir eben ein Passwort eingeben müssen. Wie gesagt, falls man es jetzt vergessen hätte zum Beispiel, müssten wir nur die Batterie herausnehmen und schon wäre es gelöscht. In diesem Fall ist das Passwort 1234567. Ich zeige ihm mal, was passiert, wenn man jetzt ein Falsches eingibt, irgendetwas. Ja, sagt er mir hier eben, funktioniert nicht. Muss ich nochmal machen. Ja, komm, mache ich doch gerne. So, das dürfte jetzt stimmen und wir kommen jetzt hier ins BIOS und können eben genau das machen, was wir so machen wollen. Ich habe ja schon mal jetzt gesagt, was so grundlegende Funktionen davon sind. Sehr gerne genommen ist es eben, die Boot-Reihenfolge zu ändern, also dass er nicht mehr von der Festplatte das eigentliche Betriebssystem bootet, sondern meinetwegen irgendetwas vom USB-Stick oder der CD. Soviel also zum Video über BIOS allgemein und natürlich eben auch das Passwort ändern. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch und bis zu einem nächsten Video von Orange & Black. Bis zum nächsten Mal.